Was ist schon ein Zentimeter? Nichts für die meisten Menschen. Für mich kann es alles sein. Eigentlich verrückt ist doch bloß ein Zentimeter. Gerade mal eine Fingerbreite. Ein Zentimeter ist lächerlich im Vergleich zu tausenden Trainingsstunden. Ein Zentimeter kann mich über Monate von wichtigen Menschen trennen. Und der Grund sein, warum ich auf die einfachsten Dinge verzichte. Aber am Ende kann ein Zentimeter der Unterschied zwischen Durchschnitt und Weltklasse sein. Auf wie viel würdest du verzichten? Für einen Zentimeter. 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 Bauch. Er gonnaß� 다음에. Vielen Dank.